Eine Bombenstimmung herrschte am 19. Dezember im Altbergsaal. Also ihr seid heute hier zum Finale unserer Talente Show. Das ist im Rahmen der Musikwerkstatt, das ist ein Projekt an unserer Schule. Die Kinder haben sich das vorbereitet. Alle Teilnehmer der Musikwerkstatt bringen irgendein Kunststück. Egal ob das Tanz ist, Gesang, Zaubern, Akrobatik, also es ist alles dabei. Jeder der Teilnehmer konnte in drei Runden Punkte sammeln. Die Jugendlichen bereiteten sich im Vorfeld intensiv auf ihren Finalauftritt vor. Wir haben ins Privaten auch getroffen daheim und dann haben wir nicht noch weitergeübt. Wir haben wirklich sehr viel geübt für dieses Stück. Also ich habe es oft daheim gespielt, fast immer. Die Mama hat immer gesehen, dass sie es jetzt lassen. Die Kinder waren total selbstständig. Wir waren wirklich nur zur Unterstützung da, wenn sie was gebraucht haben, aber die waren total selbstständig, haben in verschiedenen Räumen selber geprobt, haben die Auswahl selber getroffen, haben das Outfit selber entschieden. Sie haben alles selber entschieden und mehr waren nur die unterstützenden Lehrer, die halt da waren und sie beaufsichtigt haben eigentlich. Das ist wirklich alles aus ihren eigenen Händen.